so leute ja gut ich will mich entschuldigen ich habe zwei sachen versaut ich habe das intro vergessen ich konnte es nicht hinzufügen weil ich habe das wurde gelöscht und mich hört man nicht und las hört man nicht aber ich werde für euch sagen was ich hier mache und ja schaut auf jeden fall auch bei das werde ich das wird der fertig auch mit das wird auch glas moderieren und bei mir ging öfters der controller aus und ich bin dazu ausgerasset und ja auf jeden fall mich hört man nicht ganz leise wenn er zuhört also man hört las kurz leise aber es war es war sehr lustig und schaut auf jeden fall bei meiner zweiten folge vorbei oder bei twitch wenn wenn die zweite folge von das online ist ich werde auf jeden fall bei twitch vorbei denn da heiße ich gamer boy 200 wie auch hier oder ich werde es vielleicht auch mein ding verlinken in diesem video weiß ich nicht und ja ich habe ein bisschen dirt abgebaut und habe ein bisschen holz aufgebaut und teilt die allgemeinen sachen die man auf eine welt und ihr haltet ja du sie doch locker gesagt die sachen die die sind nicht geschützt bei lauf könnte wahrscheinlich das noch mal sehen und ja hoffentlich gefällt euch gefällt euch immer noch die folge und ja ich bin wirklich von herzen sehr sehr leid dass man mich nicht hört ich werde mal rumprobieren das ist das fixe und ich kann mich nur entschuldigen dabei und ja ich bin auf jeden fall sehr sehr entschuldigend dabei ich weiß nicht was ich dazu sagen soll ich will mich nur entschuldigen eigentlich und ich bin wirklich sehr sehr leid hoffentlich war es jetzt genug entschuldigen kochen ich gefällt euch so immer noch die folge und ja hoffentlich mit jetzt trotzdem ich weiß nicht entschuldigen dafür auf jeden fall leute ihr könnt euch ausdrücken welch was also immer noch kommt das unterschiedlich bei einer bei er kommt gleich die nächste folge bei lauf und die nächste folge dann wieder bei mir die übernächste die folge drei und eben immer so abwechslend halt es wird halt beim primären folgen zu werden wir werden zu zweit aufnehmen dabei jeden die vier so bei jeder zehnte folge nehmen wir haben eine folge zu zweit auf hoffentlich gefällt euch dann so die änderung und ja und wenn sie nicht prägt dann wird auch damals unterstützt also ganz in der füllen muts und jetzt kommt auch bald eine neue folge und letztlich was ich schützt noch entschuldigen soll ich denke ich habe mich so hat mühe bei der folge gegeben und das ding ist ich will euch einfach die folge weg geben jetzt würde keiner deswegen moderiere ich jetzt einfach und mach alles jetzt funktioniert es ist ja nicht so dass man absicht gefällt hat bei also ich will keine anscheinende 4 es war nicht meine idee hier zu sitzen dort und welchen sachen zu erzielen die euch hat so wenig jungen auf jeden fall es kommt auch später später also ich weiß nicht wann ist wie sie schaut also ich werde es wird locker runter glas runter geladen und hochgeladen aber ich werde auch fabian server also auf und der ist sehr sehr cool ich habe mich da auch als supporter beworben leider bin ich nicht 13 aber ich habe eine sehr coole bewerbung geschrieben ich werde dann einfach kopieren und dann einfach da wieder hinlegen und ja da seid ihr eigentlich auch in bester ordnung und ja Leute ich werde euch jetzt die letzten 4 Sekunden voll labern lasst auf jeden fall nochmal ein like da ein like für euch alle und ja Lars hat sein Haus erfolgreich weitergebaut ich rede gerade nach der zweiten Folge bei Lars ich wollte euch nicht spoilern deswegen also Leute ich sag nur eins ein mega coolen dann die haben wir gemacht ich bin doch auch mein hau ich bin dann mein hau bauen jub und viel gut das hätte Corona 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 virus gang ist gespammt und ja ihr könnt ihr könnt mir auf jeden Fall auf Twitch folgen Gamerboy 200 ich bin noch auf Englisch auf der EGStelle weil ich das schon nicht weiß wie man das auf Deutsch stellt ich habe mir glaube ich noch angezeigt du bist Englisch und so ja also ich bin jetzt bald auch auf ein bisschen Plattform wie auf TikTok da könnt ihr manchen TikTok zu mir gucken angucken wo ich zum Beispiel paar Sachen hochlade von so welche Filme oder so welche Trailers und ich möchte noch in Zukunft noch mehr für unser Projekt bewerben und Leute ich will nur wirklich sagen ich hasse mich nicht ausgesucht ihr habt euch nicht ausgesucht dass ich jetzt hier sitze und das alles nachspreche ich will nicht dass ich will nicht jetzt meine Abonnenten denken ich glaube ich schalte jetzt ab ohne die abonniere weil man weil man bei der Taubqualität mal da scheiße ist oder können wir wirklich alle sagen was sie wollen ich hasse mich nicht ausgesucht Lass jetzt tatsächlich ausgesucht weil Lass und ja Lass Lass hat mir noch nicht so viel berichtet dass es bei ihm auch rumgebracht hat aber Leute ich hoffe das ist die GamerBot Community und die Zettel auf das Gast Community zusammenhält und es dadurch einfach geht die Folge 2 wird auf jeden Fall besser werden zu 100% auch bei meinen Zahnbugs und und ja kennenzulassen lucht ich rede jetzt hier schon zwölf Minuten mit und ja ich weiß nicht was ich sagen soll ich weiß nicht was ich sagen soll ja ich weiß nicht was ich sagen soll Wir haben so lange für die Folge gebraucht. Wir haben diskutiert. Ich habe Lars diskutiert, dass wir jetzt mal wieder mein Projekt machen. Er hat geplant, dass dieses Projekt für Ines. Aber ich habe gesagt, komm, ist mir egal. Ich mache trotzdem mit. Und zu den letzten Sachen, Spoiler-Gefahr. Ihr solltet jetzt am besten eure Sound auf ganz leise stellen. Hiermit wurdet ihr gewarnt für dieses Projekt. Ja, also Leute. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Leute geben, die da auf jeden Fall dann mitmachen. Animals und so. Und ja. Da waren sehr, sehr viele Leute, die wir kämpfen, bezaubern. Und so kämpfen wie denn. Aber es geht erst alles ab Folge 5 los. Hier sieht man wo das schönste Gesicht. Und Leute. Ich sag nur. Haut rein, Leute. Leute, haute rein, Leute. Und. Zeig uns wohl das aus. Ciao. Ciao.